Neuer Versuch Kadir wird gleich noch mal Hallo Warnschot, Whatsapp? Gehen, ich probiere Ich habe den Kadir in den Beziehung nicht Freifahrer Hm So, ich spiele mit der Klasse Vector CBR Die Map Floated Mach mal das lauter Ich hoffe, ich habe das richtig P3 P3 So Frei für alle So, die Map ist das Ding Floated Vector VDR Für Stalin Also Macht euch in die Arbeit Soldaten So So Das muss ich machen, legt den Gegner wie möglich Mach's, klar Was ich euch Vorräte warten auf Anweisungen, Landezone markieren Kleiner Tipp Mal immer so einen Bereich nehmen Für alle Nicht Sprung Rushen Wenn ihr hohe Speed spielen wollt Oder keinen Strike Das mit dem Weil jeder für stärker spielt Soldat, das Geschütze ist bereit Nein, Alter Leckner Wird ihr das geschafft jetzt Der einzige sehr gute So 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 Jetzt PSV-Controller ist besser, nur etwas schierer zu gewöhnen, also... Nein, Alter, ich hatte jetzt keine... Äh... Mein Gott, ey, das wäre aber ein schöner Spiel für mich. Da hinten. Einfach schön auch mal rushen. Was war das für ein rotes Boot? So, schön in der Ecke. Da. Wieder nicht killen. Nächster Gegner demütigen. Let's... Nein, ey! Oh, ich hab doch einer geschossen. Nein! Boah, hab ich einen scheiß Fehler gemacht. Ich versteck ihn nicht mal. Nein, Alter, was los, ey. Wieder so ein Scheiß. Sie haben unser Geschwitz zerstört. Ja. Gut, der ist im Koffer. Zeitliches Atkom gesichtet. Ich bin mir gar nicht gehört. Ich bin mir gar nicht gehört. Wie hab ich den nicht denn gehört, der Stärker? Komisch. Seitliches Atkom gesichtet. Da ist wieder einer. Nein, Alter, der... Boah. Wir sind echt nur gute Leute. Respektlich. Echt. Nur gute Spiele. Der ist übertrieben, ey. Der ist übertrieben, ey. Tante, Alter, der ist übertrieben. Alter. Ey, ja. Das ist ein krasser Spieler. Boom. Der ist schon... Mein Gott. Wie übertreiben das mit den US-Dings-Scheiß da. Nicht für ne Runde... Mein Gott, Alter. Nein. Keiner kickt den Mist. Ja, hab ich schon. Wir gewinnen diesen Kampf! Vorräte warten auf Zielvorgabe. Wieso mal hier? Auf der anderen Seite. Oh nein. Was ist das, was wir tun? Was ist das? Was ist das? Der Schutz ist bereit zum Einsatz! Nein, ey! Nein, nein... Sauber. So. Nicht... Ja, aber auch hier. Viel verkackt in die Scheiße. Dann gut. Dann schon. Ich hoffe... Es geht. Ist ein Test. Ist ein bisschen kompliziert. So. So. Apfel 10, Mann. Bye.